hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge hero der fans ja ich habe bisschen pause gemacht und zwar der hoffnung dass ihr vielleicht auch pause macht mit nicht zuschauen oder euch mal das spiel doch anschaut jetzt haben wir schon bereits nach ostern hier stimmt nicht wir haben doch nach ostern ok damit sagen gehen wir ins nächste level was als nächstes kommt das hervor wir haben das ist okay wir sagen stufe okay gut kein problem los schauen wir uns mal an du kannst halten auch mit den tasten 1 2 3 4 5 auswählen okay gut zu wissen ok doch da kann er so jetzt verstehe ich in der bombe bauen soo, jetzt muss ich mir Schaden machen boah, Glück gehabt rüberpfarrad ok ich glaube ich froste mal schauen wir ob das bringt oh oh vielleicht kann ich ihn hier verstellen oder also, ok ouch die haben die Barrikade geschafft, verdammt ok, das ist eine positive Nehmehalle die haben meine Barrikade beschädigt das ist erst ich werde mich für mich aber hier haben wir oh ja ich habe einen also, wie du mich nachher jetzt ist mir kein Problem, aber hier das schaffe ich mir zu gut Jack, ein weiteres Schaden erzelt mit Böden und Eideln ich hoffe ok Okay. Da kann man sagen, okay. Der wird jetzt heftiger sein. Nein, 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 schau mal. Oh, nee. Ach du Scheiße. Und der hält sich auch noch. Super. Oh, oh. Und jetzt? Okay. Das war echt schief gelaufen, als ich meinen Diener abgepfiffen habe. Moment, eins ist das. Wie komme ich denn mit dem anderen? Ach so. Okay, okay. Okay, okay, wo geht's? Okay, jetzt haben wir eine Brandbombe. Alles klar. Gelbe Pfad. Ich möchte Schaden an allen Creeps im Zielbereich. An Bosse haben wir wenige Schaden, okay? Okay, super. Das ist natürlich ein Boss. Back to hell. Jetzt sind wir trotzdem aus. Was? Ich dachte, er sei ein Boss. Heftig gewesen wie viele Schaden gekriegt. Okay. 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 Ready, aim, fire, fire at will. Oh, mein Gott. Back off, Sinner. Das ist ja auch nicht. Oh. Okay. Ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt raus. Ich bin jetzt raus, ich bin jetzt raus. Da bin ich jetzt raus. Scheiße. Das war nicht gut. Okay, wir schauen, wie es erreicht wird. Jetzt kommt die letzte Ball jetzt. Okay, ich hab jetzt mal auf den Priester gesetzt, weil der immerhin Untoten schaden macht. Okay, und das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, ich hab schon viel Leben. Zwei sind es noch. Okay, noch einer. Sehr gut, hat es geschafft. Ich vergesse wieder das Zeug sein zusammen. Ah, da kommt noch einer. Verdammt, ich dachte, das war schon die letzte Weile. Okay, versuchen wir es mal. Boah, wie viel kommen hier denn? Uh, geschafft. Sehr gut. Puh, wir sind fertig, Priester. Wir können schießen und bomben unsere Weile. Ganz so einfach das Spiel. 60V-Bahn. Ah, jetzt geht's. Genau, neue Bombe. Machen die eigentlich mehr Scharen, wenn die aufsteigen. Ähm, gehen wir an die Stadt. Ach so, in die Bank kann ich das Gold in Juwelen umtauschen. Alles klar. Ich denke, die müssen wir jetzt kaufen oder bauen. Ähm, Talente. Gut, wir haben, drei drei Punkte. Ja, wir sagen, Panzer brechend. Ja, das hat schon zwei gekostet. Na gut, dann war's das. Ach, die kann ich nur? Nee, das Level-Up hat er gekriegt. Okay, alles klar. Ähm. Dafür brauchen wir 400 Gold haben wir nicht. Können wir nicht ausbauen. Erstmal zurück, was haben wir hier? Das ist die Schmiede. Okay, da können wir die neuen Sachen jetzt einfügen. Was will ich jetzt hier? Mehr Ruhm? Ach, die kann man kaufen? Oh ne, ich will es mich verarschen. Warte mal. Ach so, da sind's. Okay. In seltenen Zerstörungen. Kauf mir mal. Okay. Wie werde ich die verwenden? Also, wie kann ich die verwenden? Kann der auch so einen Slotbau einbauen? Nee, kann er nicht. Da hat jetzt schon autonomisch mehr Geld. Ach, dem da hat jetzt zwei Fähigkeiten. Das wäre mir jetzt aufgefallen. Verschmelzen. Verschmelzen zu einer. Warte, ich muss so viel... Nee, ich bin zu teuer. Ähm, okay. Können wir die ausbauen? Nee, warte, ihr Steine. Haben wir schon eine Schmiede etwas? Ich glaube nicht, ne? Das war die Bank hier. Und die sind noch kaputt. Okay, da will ich jetzt wohl nicht weiter gehen. Ähm, nee. Ah, okay. Habt ihr gesehen? Man kann damit die Waffe abarbeiten. Gut, dann schauen wir mal diese an. Jetzt gibt's eine Ohrbrune. Okay, einfach. Wir haben die Ohrbrune ja vorhin schon verschwendet, sozusagen. Es gibt Invaliden, die in dem alten Hotel befestigt sind. Sie sind schmerzen gegen die Unwahrung. Okay. Dann müssen wir die Umgebung entfernen. Das sind... Okay, warte, wir kommen da durch. Hier werden sie verstärkt, na? Wie es aussieht. Was denn... Ah, ich habe nur ihn. Moment mal. Ich habe nur ihn zur Zeit. Moment mal. Okay. Jetzt kriege ich eine Aufladungsschance. Oh, was denn deux warmteinen ist? Ich habe.' Die Wand dabei zu sein. Ich hab ja auch so. Merke mich nicht. Ich hab ja. Wir haben natürlich schon viel aus jetzt. Was, bist du da rein? Ach du Scheiße. Das war mir gar nicht so klar. Scheiße. Ich glaube irgendwie, das kann ich doch nicht schaffen hier. Da war eigentlich eindeutig mehr Aufwertung. Das ist einfach zu krass für mich gerade. Ich glaube, das ist ein bisschen zu spät. Das ist ein bisschen zu spät. Ich bin glücklich, Vater. Ich habe keine Zeit, um zu verlieren. 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 Ich habe keine Zeit. nur in ihren Todesfelsen. Und meine Heilige Worte, es kaum schlägt sich um. Samhain, zur Erschung! Steig oder brenn mit den Gehirn, alten Mann! Beste mich! Jetzt brenn ich diesen Ort. Brenn sie alle! Nur in der Aile. Hier gehen wir schneller. Okay. Scheiße. Warte, bitte schön, wie viel? Der macht ja so viel schauen. Okay. Okay. Wir haben eine Fahrt. Krass. Noch mehr Zombies. Moment mal. Ah, hier sehe ich die Reihen, die kommen wie... Gott, okay. Okay. Okay, das macht aber doch ein bisschen Schaden inzwischen. Ich sollte hier dann reinwerfen. Jetzt sollte die erst auf den Boden fallen. Komm, wer schon? Ah, krass, ey. Okay. Let me handle this. Okay. Das ist heftig. Äh, Pfad, okay. Ich hab's gut innen, aber geht's hier durch. Und dann habe ich ihn in der größten Stelle wahrscheinlich. Ich hab's gut innen. Irgendwie nicht. Ich bin innen. Jetzt treffe ich mich mal. Okay. Treffe ich mich mal rein. Ich glaube der kommt da rüber, oder? Ja. Doppelte Reichweite. Für Upgrade habe ich nichts. Nicht zu viel. Sehr gut, das ging ja gut. Müsste eben sein Reichweite ein bisschen erweitern können. Es geht auch durch Upgrade. Was ist das bitteschön? Aha. Okay. Okay, langsam ist das Spiel in den Griff. Gut. Oh was, das Pferd geht da durch? Gut. Das ist aber heftig jetzt. Ja, das ist der, wo es so durchlägt. Jumin haben wir gekriegt sehr gut. So, wie über? Jumil kamen die nacheinander. Gut, kamen wir schon miteinander nur, die waren ja viel langsamer. So, sehr gut. Ja, da ich auch. Ja, wir haben einen neuen Charakter entsperrt. Oh, schon fertig. Verbrennt sie. Genau. Und neue Ruhe. Sehr schön. Ja klar, die machen wir gar nicht kurz, zwischen zwei Levels oder so. Okay. Da ging was. Gut, ich würde sagen, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet die nächste Folge ein. Ich hoffe, das ist jetzt langsam ein bisschen hier mehr an C2 Let's Play. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, tschüss. 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 Vielen Dank.